Heute feiert man auf der ganzen Welt den Internationale Tag des Menschenrechts. Dieses Jahr ist in der Schweiz vielleicht das letzte Mal, wo wir auf diese Errungenschaft anstossen können. Wenn nämlich nächstes Jahr die Volksinitiative Schweizer «Recht statt fremde Richter» an der Urne Erfolg hat, bedeutet das das Ende eines intakten Menschenrechtsschutzes in der Schweiz. Zusammen mit 100 Organisationen und Vereinen und gemeinsam mit Ihnen werden wir diese Anti-Menschenrechtsinitiative abwenden. Spenden Sie heute, damit wir die Kasse frühzeitig füllen können für einen wirkungsvollen Abstimmungskampf. Und nächstes Jahr werden wir den Tag des Menschenrechts fulminant feiern. Ein Nein zu dieser Initiative ist nämlich ein starkes Bekenntnis zu den Menschenrechten, zu der Demokratie und zu unserem Schweizer Wert. Wir zählen auf Sie. Äh! Wir sind ein … … Untertitelung des ZDF, 2020